Hallo Leute, hier ist wieder euer Rupa und heute gibt es wieder ein neues Tutorial auf der neuen Zomekarte Revelations und in diesem Video wollte ich euch zeigen, wie ihr den Werterschützer bauen könnt bzw. wo ihr die ganzen Teile finden könnt. Das erste Teil befindet sich im Eisendrache und Kino der Toten Bereich und zwar ist das ein Stein und der erste Spot von diesem Stein befindet sich, wenn ihr von Shangela in diesen Bereich hineinläuft, befindet sich ja rechts so ein Raum, mit vier Statuen und genau rechts von der Tür in diesem Raum befindet sich in einer Kiste oder in einem Fass auch schon der erste Spot. Der zweite Spot befindet sich dann bei der Pyramide selbst, also das heißt ihr müsst zu der Pyramide von der Eisendrache und links neben dieser Pyramide könnte dieser Stein dann auch liegen. Der letzte Spot befindet sich dann auch schon bei dem Kino der Totensaal, das heißt ihr lauft in den einen Ausgang nach außen, wo sich diese Sprungplattform befindet und da sollte sich dann rechts auf einen Tisch auch schon der letzte Spot von diesem Stein befinden. Das nächste Teil ist dann dieser Schädel von Nansapwe, den ihr finden könnt, auch verrückt. Wenn ihr auch verrückt seid, gibt es dort drei verschiedene Spots. Der erste Spot befindet sich dann direkt bei Spiekola rechts in einem Regal, der zweite Spot befindet sich dann bei diesem Ritual, wenn ihr dann wieder in das Haus von dem Verrückt hineingeht. Da ist ja dann links bei dem Eingang, wo es ja auch diese Elektrofalle befindet, so ein Rollstuhl und in diesem Rollstuhl kann sich dann dieser Schädel auch noch befinden. Und der letzte Spot befindet sich dann im Verrückt selbst, da gibt es ja diesen Wunderfitz-Automaten und genau gegenüber von diesen Wunderfitz-Automaten befindet sich wieder ein Rollstuhl und in diesem Rollstuhl kann sich der Schädel auch noch befinden. Das letzte Teil ist dann auch schon die Flagge und zwar diese Flagge findet ihr im Origins und Mob of a Dead-Bereich. Und der erste Spot befindet sich dann bei dem früheren Platz, wo sich Packer Punch auf der Karte Origins befunden hat, das heißt an der Spitze ganz oben. Und zwar links kann sich dieses Teil befinden. Der zweite Spot befindet sich dann dort, wo dieser Fußabtritt ist, beziehungsweise der VMP-Wandkauf, rechts in der Wand drinnen. Und der letzte Spot befindet sich, wenn ihr dann wieder in Richtung Mob of a Dead nach unten lauft, dann bei diesen Eselstritt-Automaten in dem Mob of a Dead-Bereich rechts davon an der Wand. Wenn ihr jetzt nun alle Teile gesammelt habt, dann müsst ihr das Ganze nun noch an einen von diesen Beschwörungstafeln dann zusammenbauen. Ich werde euch kurz mal hier zeigen, wo sich diese Beschwörungstafeln befinden, denn an diesen Tafeln könnt ihr dann auch diesen Werder dann rufen. Die erste Tafel befindet sich in der Eisendrache-Bereich bei diesen vier Statuen an der Wand. Der zweite Ort von diesen Tafeln befindet sich dann im Kino der Totensaal und zwar hinten an der Bühne. Danach der dritte Spot befindet sich dann bei Verrückt an der Wand und der vierte Spot befindet sich dann bei Origins gegenüber von dem VMP-Wandkauf in diesem Roboter-Fußabdruck. Und wie gesagt, geht dann irgendwo zu diesen Tafeln hin, baut das Ganze zusammen und danach könnt ihr diesen Wächter für 5000 Punkte kaufen. Er ist wirklich verdammt stark, ist so ein ACV-Schutz-Roboter, nur auf der Karte Revelations und hilft auf jeden Fall in bremsligen Situationen. Und das war es jetzt eigentlich auch schon wieder zu diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen und damit sage ich mal, bis zum nächsten Mal, euer Reaper.